Der gemeinnützige WIMS e.V. hat das Motto Bildung zugänglich machen und da ist OER eine wichtige Maßnahme, wenn auch nicht die einzige. Wenn ich meine Materialien offen lizenziere, dann können alle, die das möchten, die Materialien modifizieren, wieder veröffentlichen, verwenden. Das ist mit eigentlich sonstigen Materialien nicht möglich. Um an der Gesellschaft teilzunehmen, also zu partizipieren, muss man sehr wenig auskennen und da gehört Digitalität ganz wesentlich dazu. OER und vor allem die OER-Ressourcen, die wir im Bereich der digitalen Bildung haben, sind ein ganz wesentliches Mittel. Meine Forderung ist uralt, jetzt habe ich inzwischen zehn Jahre. Bitte alle öffentlichen Mittel an die obligatorische Erstellung von OER binden. OER-Ressourcen